Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir so eine Leistung haben. Habt ihr vielleicht WLAN für mich? Weil ich will die Musik anmachen, aber das geht gerade nicht. Ich brauche WLAN. Ich gewusst habe, dass wir uns weitere Chancen erarbeiten, dass wir einfach dann... Absolut geil, absolut geil. Brauchst du WLAN? Heute kein WLAN. Man hat einfach das Gefühl, da geht immer was, wir sind immer gefährlich und deswegen ist es einfach eine Qualität von uns.